Die blaue Linie gut abdecken, keine schon, natürlich, als der Instinkt und das so gemein zu haben. Ein verschlafener Schad, meinte er, also Sommerdrehen im ersten Drittel. Und das muss man halt nur eine Führung übernehmen. Na gerade, ne? Ganz unglücklich, der Saumbrauer hat jetzt die Zeitspieler. Wir haben wirklich schon Gesicht an Gesicht, ne? Ja, schlafen wir nicht. Es ist leider auch weit geblieben, und ich hoffe, dass da kann ich los in der Lage sein. Ich kann es auch nicht. Ich bin jetzt die Zeitspieler und das dritte Länge. Ich bin jetzt die Zeitspieler und das dritte Länge an die Eisbären. Jetzt sind die Kreis ganz gut, fest in den deutschen Drittel. Und wir müssen im Moment ja auch nicht mehr tun, natürlich. Vielen Dank.